Ich garantiere dir, von jedem lebenden Künstler könnte ich ein Bild malen, wo der niemals glauben würde, dass er es sich selber gemalt hat. Der würde einfach fast so los auf Wurschen denken, das kann jetzt doch nicht sein, oder? Und so ist das mit den Alten sowieso. Und das ist einfach so, ich gucke mir mehrere Bilder an oder auch nur eins. Und dann, darüber habe ich das früher immer gemacht, dann gehe ich in mein Atelier und male in dieser Handschrift ein neues Bild.